Das ist völlig sinnlos, die nützt nichts, die ist nur ein Maulkorb für die Bevölkerung und wir atemisch leben und wir atmen alle die gleiche Luft ein und auch wieder aus. Und hier kann man googeln, das ist eine Spitalhygienikerin, die hat das genau untersucht. Nicht erwiesen, basiert alles auf Annahmen. Es gibt auch viele Studien, die sagen, es macht eigentlich nur krank. Der K-Tipp hat untersucht Masken, die sind voller Bakterien und Pilze und das macht die Leute eher krank als gesund.